Ich grüße euch aus dem Zontrischal Manien-Achen. Wir hatten heute eine wunderschöne Veranstaltung zum Thema Europa mit Gästen aus den Niederlanden, Belgien und aus Deutschland. Und es war ein sehr, sehr angeregtes Diskussionsumfeld mit sehr vielen tollen Ergebnissen. Und einige davon möchte ich euch nicht vorenthalten. Und lasst einfach mal die Mitglieder zu Wort kommen, so wie es sich gehört. Und es würde mich freuen, wenn ihr einfach mitbekommt, dass man dadurch auch die Möglichkeit hat, in Europa durchaus noch seine Stimme irgendwo einzubringen und mitzumachen an diesem Projekt Europa. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß mit den Eindrücken. Musik Ich bin dieser Einladung sehr gerne gefolgt. Für mich war es interessant und wünsche, dass es Früchte trägt, dass es weitergeht und wir uns Gedanken machen, wie können wir die Menschen draußen noch ansprechen und auch mitzielen. Das war eine voll motivierte Veranstaltung. Ich fand das toll. Die Leute waren gut drauf und haben diesen europäischen Gedanken getragen. Und ich nehme mit, dass wir jetzt rausgehen und dieses Projekt Europa positiv kommunizieren. Die Veranstaltung war sehr gut. Also es hat Spaß gemacht, da zu sein und man nimmt auch sehr viel mit. Sehr spannend. Ich fand es besonders interessant, weil wir so eine vielfältige, bunte, gemischte Gruppe waren. Und das ist eigentlich genau das, was Europa für mich ausmacht. Viele verschiedene Hintergründe, viele verschiedene Gesellschaftsschichten, die hier zusammenkommen. Aber irgendwas eint sie doch alle. Und das ist eigentlich das, was Europa ist. Ich bin hier heute auf der Konferenz gewesen, weil mir zwei Dinge sehr wesentlich am Herzen liegen. Das eine ist die Zukunft Europas. Ich sehe tatsächlich die Zukunft Europas sehr kritisch im Moment. Das hat damit zu tun, dass wir einen zunehmenden Autoritarismus und Nationalismus in der Europäischen Union selber, aber auch in den Staaten drumherum, auch wichtigen Bündnisstaaten, wie zum Beispiel den USA haben. Und ich denke, die Europäische Union steht für explizite Werte, für politische Werte, die es gilt zu verteidigen und dies wertvoll zu verteidigen. Und das war der erste Einsatz. Der zweite Einsatz ist konkret die Euregio. Wir leben hier in einer Region, auch wenn ich sozusagen von außerhalb komme, dann habe ich doch familiäre Bindungen hierhin, die ganz klar eine Chance sind, um Europa im Kleinen zu entwickeln. Und es geht darum, dass wir diese Euregio zu einer Modellregion für den europäischen Integrationsprozess machen und damit auch ausstrahlen gegen Nationalismus, gegen Autoritarismus und hier die europäischen Grundwerte leben. Also was uns besonders gut gefallen hat, war, dass die Leute so aktiv mitgemacht haben, dass wir wirklich sehr vielfältige, verschiedene Antworten hatten, verschiedene Meinungen und es sehr konstruktiv war, auf jeden Fall etwas, womit man arbeiten kann, was man verwenden kann für später. Und auch, dass die Leute so begeistert davon waren und auch weitermachen wollen, sich nochmal sehen wollen, das ist für uns natürlich als Mitveranstalter auch sehr schön, denn es ist ja auch so eine Art Belohnung für unsere Arbeit. Ich fand die heutige Veranstaltung insofern erfrischend. Ein schöner, großer Austausch von Themen, die uns alle berühren. Und ich hoffe, dass daraus was wird. Alles. Rundum hat es gepasst. Mein Highlight war diese positive Diskussionskultur, die wir hier hatten, dass alle Ideen offen geäußert werden konnten und dass wir aber so ein Einverständnis hatten. Das war positiv. Das hat mir gut gefallen. Das Highlight war das Erarbeiten der unterschiedlichen Ideen und Konzeptionen mit toll motivierten Leuten. Am allerbesten gefallen hat mir die Diskussion natürlich. Als bekennende Demokratin liebe ich es zu diskutieren und ich fand das sehr, sehr spannend. Ich gehe jetzt mit ganz vielen neuen Ideen und Eindrücken nach Hause und mal sehen, wie das noch weitergeht. Mein Highlight heute, die Debatte über die Zukunft der Euregio. Das war sicher, glaube ich, schon das Beste, wo wir sozusagen die Ideen gesammelt haben, diskutiert haben, kontrovers diskutiert haben, aber mit einer hohen Achtung voreinander, einem hohen Respekt voreinander. Das hat man selten so und das ist gelungen. Ich glaube, das war, wie wir uns aufgestellt haben, die Rangliste zwischen 0 und 10, um zu sehen, wie zufrieden wir sind mit der EU, um zu sehen, wie, obwohl alle praktisch pro-Europäer waren, wie kritisch wir trotzdem an die Sache rangegangen sind und wohl alle für die EU sind, doch sehr unterschiedliche Meinungen dazu haben und unterschiedliche Visionen davon haben, wie sie sich die EU bzw. die Alternativen zur EU vorstellen. Ja, die sehr lebhafte Diskussion, dass Junge wie Ältere etwas zu dem Thema beigesteuert haben. Zum Thema Europa, das ja für uns wichtig ist, denn nur wenn wir ein starkes Europa haben, haben wir ein Gegengewicht zu den anderen großen Blöcken. Ich hätte jetzt auf Anhieb keinen. Eigentlich, dass der Bürger mehr mit einbezogen wird, das wäre mir ganz wichtig. Nicht, dass immer da entschieden wird und wir sollen machen oder auch nicht. Also, ich freue mich auf den 6. Mai und das ist also eigentlich meine Botschaft, dass die EU den Bürger mitnimmt. Danke schön. Gerne. Das eine tun und das andere nicht lassen. Also sich um die EU im Inneren kümmern, dass wir politisch schlagkräftiger werden und auf der anderen Seite aber gucken, dass wir regeln, dass wir als EU Einwanderung legalisieren und Wege finden, sodass wir gemeinsam wachsen können. Oh ja, auf den Weg geben würde ich Ihnen. Europa muss schauen, dass es nicht ein Projekt der Eliten bleibt, sondern auch niederschwellige Angebote schafft, weil sie auch die Bevölkerung mitnehmen muss. Sonst sehe ich die Gefahr, dass die ganzen tollen Impulse, die von Europa ausgehen, überhaupt nicht umgesetzt werden können, wenn die Bevölkerungen der unterschiedlichen Länder auch nicht mitziehen. Ich würde zwei mitgeben. Gebt die Europäische Union nicht auf. Kämpft für dieses Projekt, das es wert ist, das lebenswert ist, das sozusagen den Menschen Freiheit, Sicherheit, Rechtsstaatlichkeit seit 70 Jahren gibt und stärkt die Euregios, stärkt sozusagen die grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Als ein Europa im Kleinen, da wächst Europa. Das, was wir momentan für einen Status haben, das ist erst der Anfang. Es kommt noch viel mehr.